Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Chekos Backstube. Ihr seht es hier schon, es steht mal wieder Ostern vor der Tür. Wir machen dieses leckere saftige Osterbrot und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir geben zuerst mal etwas Milch in eine Schüssel. Obendrauf kommt auch gleich die Butter und das schmelzen wir jetzt mal. Ich kann das hier zum Glück in meiner Küchenmaschine machen. Wer nicht, macht ihr das einfach auf dem Herd. Die Temperatur habe ich hierzu mal auf 40 Grad eingestellt, damit das Ganze nicht zu heiß wird und wir damit schön weiterarbeiten können. Ich mache auch gleich mal weiter und zwar trenne ich hier erstmal die Eier. Einmal Eiweiß und Eigelb trennen und das zweite Ei gibt ihr dann komplett in das Eiweiß. Wir brauchen also zwei Eiweiß und ein Eigelb und das übrige Eigelb haben wir später noch. Das ist hier jetzt unsere Buttermilchmasse. Ihr seht schon, die ist schön geschmolzen. Da kommt jetzt mal noch etwas Mehl obendrauf, dann noch ein Würfel Hefe, etwas Zucker, etwas Vanillezucker, die Packung natürlich nicht mit rein, dann die Eier und dann geht es ab in die Küchenmaschine zum Verkneten. Ich lasse das hier mal schön durchrühren. Während das durchrührt, machen wir es schon mal mit der Füllung weiter. Ich habe hier einmal Zitronat. Das kommt mir auf ein Brett, gefolgt von etwas Orangenaht oder wie auch immer man das ausspricht. Das kommt ebenfalls auf das Brett. Und das Ganze hacke ich jetzt mal mit einem Messer schön klein. Einfach mit einem großen Messer hier immer wieder reingehen, bis die Würfel schön klein geworden sind. Das kann hier etwas dauern und ist auf jeden Fall auch eine klebrige Angelegenheit. Schaut am Ende jetzt so aus. Wir machen dann auch gleich mal mit dem Teig weiter. Der schaut mittlerweile so aus. Da kommt jetzt die Füllung hinein. Hier erstmal ein paar gestiftete Mandeln. Dann noch ein paar Rosinen. Und dann die Mischung aus dem Zitronat und Orangenaht. Jetzt wieder gut vermixen, damit sich alles schön verteilt. Dann öffnen wir die Maschine wieder. Kratzen mal den Teig vom Haken. Dann gehe ich mal mit der Teigspachtel nochmal hier schön in die Schüssel rein, um zu schauen, damit auch alles am Rand und vom Boden schön verknetet und aufgearbeitet wurde. Das passt hier. Ich gebe jetzt mal den Deckel drauf und decke das ab. Nach ungefähr einer Stunde schaut es so aus. Hat sich ungefähr verdoppelt. Jetzt entnehme ich das Ganze mal aus der Schüssel. Einfach hier schön auf die Arbeitsfläche geben. Dann ganz leicht Mehl drauf. Dann knete ich das nochmal durch. Einmal schön vorsichtig hier durchkneten. So schaut das Osterbrot jetzt aus. Das kommt jetzt erstmal auf eine Backfolie. Eine schöne Kugel. Die decken wir jetzt mal noch ab. Einfach nochmal etwas abdecken. Und nach ungefähr einer halben Stunde schaut es dann so aus. Ist nochmal schön aufgegangen. Wir bepinseln das jetzt mal noch. Ich habe hier das Eigelb. Gebe noch einen Schuss Milch hinein. Verrühre das mal. Und dann nehme ich hier so einen Pinsel. Und pinsel da einfach mal schön oben drauf, dass alles schön bedeckt ist. Danach nehme ich noch ein Messer und schneide oben noch so ein Kreuz ein. Nicht zu tief, aber auch nicht zu wenig einschneiden. Ihr seht das hier schon. Das passt so halbwegs. Etwas mehr könnt ihr noch machen, wenn ihr möchtet. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Das Brot ist jetzt erstmal fertig geformt und bestrichen. Also bereit für den Ofen. Da kommt es jetzt auch schon hinein. Und zwar in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Für so circa 35 Minuten. Nach circa 25 Minuten habe ich es dann mit einer Folie mal abgedeckt. Die seht ihr hier ja schon. Denn sonst wurde das einfach zu braun. Wenn euer Ofen das etwas schneller braun macht, könnt ihr es auch schon etwas eher abdecken. Es ist auf jeden Fall nochmal super aufgegangen. Ihr seht es hier schon. Ist echt groß geworden. Schaut schon mal sehr gut aus. Ich lasse das jetzt mal auf diesem Rost hier auskühlen. Und wenn es ausgekühlt ist, schneiden wir es natürlich auch gleich mal an. Dazu nehme ich das Brot. Einmal hier noch der Blick von unten. Ebenfalls sehr schön. Das kommt jetzt mal auf die Arbeitsfläche. Dann nehme ich mal hier so ein Sägemesser. Und gehe da einmal schön vorsichtig hinein. Und so schaut es dann aus. Schön luftig. Man sieht die Füllung noch etwas. Das Zitronat ist etwas hell. Also da muss man sich etwas anstrengen, dass man das sieht. Schmeckt auf jeden Fall super. Das kann ich schon mal sagen. Optisch finde ich es auch gut gelungen. Es ist wirklich schön aufgegangen. Schön fluffig. Und innen noch schön saftig. Ich habe hier mal eine Scheibe runtergeschnitten. Nehmen wir natürlich auch gleich mal ein Stück. Ihr seht schon. Wunderbares Brot. Schmeckt also wirklich gut. Gelingt jedem. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Am besten schmeckt es natürlich wie die meisten süßen Gebäckteile mit Nutella. Das habe ich mir dann auch gleich mal noch drauf getan. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könnt gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.